Oh Gott! Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich krieg hier ein bisschen die Kotze im Hals, aber auch nur, weil wir hatten ein paar Schwierigkeiten. Ich hab natürlich das Schild verkehrt gelesen und jetzt renne ich einfach nach Pinecrest, denn ich war nicht in Pinecrest. Ich war wo? Äh, in Brightmoor. Ich war in Brightmoor. So, das habt ihr nun davon. Und dann hab ich vorhin auch ein bisschen aufgenommen und dachte, äh, warum läuft denn die Aufnahme nicht? Ja, hier sind die ganzen Tasten anders belegt. Das heißt, ich musste jetzt erstmal ins Aufnahmeprogramm und, ähm, ich muss erstmal ran. So. Und musste erstmal gucken, welche Tasten ich dann nehmen kann. Was? Get Rope. Brauchen wir ein Rope? Ein Seil? Nee. Nee, nein, noch nicht. Erstmal nicht. Ja, ich... Ach, fick die... Nein, 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 aber ich hab... Oh mein Gott. Oh, ich hab Durst. Verdammte Scheiße. Der Junge hat Durst, ey, mit seiner Sonnenbrille da. Das ist ein leerer Kaffeebecher. Das geht mir auf den Sackern. Ähm, Schränke kann man ja nicht öffnen, ne? Nein. Nee, leider nicht. Gibt's hier noch was im Müll? Oh, was soll denn das, ey? Ich find immer nur Kot. Ich werd mit Kot beschmissen hier von den Zombies. Na, wenn du irgendwas Autoteinmäßiges findest, wär cool. Ja, ja, ja. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Da ist ne Hütte. Ich geh mal kurz vom Weg ab. Ich renne dann einfach nach Pinecrust. Das ist doch behindert. Oh Gott, wie bescheuert, ey. Und ich logge euch hier noch in die andere Stadt rein und denke, ja, die werden mich finden. Ich verdurste hier nur zu halb, aber scheiß drauf. Macht ja nichts, wenn ich hier verdurste und krepiere. Da ist ein Atto. Atto! Ist da was drin? Hello? Lass mich mal durch da, König. König Kack. Ich hab ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Brauchen wir Nägel? Ach, so das. Ja, Nägel sind gut. Ungefähr dasselbe, bloß mit Essen. Ich hab kaum irgendwas zum Überleben hier. Das ist ja, ist ja, ist ja. Ist ja nicht so schön und so, ne? So, was gibt's denn hier? Was ist das? Gar nichts. Hier liegen Flaschen, äh, leere Dosen. Was ist das? Water Bottle. Ja, aber die ist leer, ne? Ja, wenn... Ich guck mal. Ähm, ist die voll? Ja, fick dich, wie cool. Ich freu mich grad. Jetzt hab ich Hungerchen. Ja, ich esse. Oh, ich brauch mehr Essen. Was war denn mal? Warte mal. Was war das? Sieht aus wie Lasagne und isst Kenneth Meat? Einfach rein in den Schlund. Und was ist das? Nägel, kann ich nicht essen. Ist schon ein bisschen abgelaufen. Ist mir egal, ich esse es. Was ist das hier? Ich denke mal, ich denke mal, der Arschenbecher mit den Kippen ist irgendwas. Dann war ich jetzt traurig. Ich war voll traurig. Ich hab, hab so schön aufgenommen. Und hab mir eingeschissen und... Warum liegt da ein Totenkopf im Klo? Wir wollten nur einen Drive... Also, Drive-Pads, Bargplugs und eine Autobatterie. Hier ist ein fauler Herd. Okay. Oh, Smite? Oh ja. Und was ist das? Water Bottle? Nehmen wir mit. Und ich würde jetzt gerne noch was zu essen. Hallo? Kann ich mal was zu essen, Christian, ey? Essen, essen. Ich hab Hunger. Ich bin bei 71% und ich habe schwöre Hunger. Nee, 71%. 71% geht noch. Ja, ich hab ja jetzt nicht so die Ahnung. Einmal hatte ich 8%, das war knapp. Aber ich weiß zum Glück, wie man... Wo war die Straße? Ich glaub, da lang. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß zum Glück, wie man zur Straße kommt. Ich hab keine Ahnung. Wo ist die Straße da? Gut. Also, die Zombies, ne? Da war dann halt... Wie gesagt, ne? Die Aufnahme klappte ja vorhin nicht. Ich geh jetzt nach Pinecrest. Die basteln am Auto. Und ich lauf dann da und denk, was ist da... Oh, da hinten ist eine fette Brücke. Okay. Wie, okay? Ja. Ich hab noch ein Reifen gefunden. Ja, das ist schön. Ist doch hoffentlich der jetzt der richtige Weg zu euch, oder? Ja. Ja. Wie noch Pinecrest. Also, ich bin aus der Stadt raus, ne? Richtung Pinecrest. Na, nur denn. Ach, Sacker, du machst mir Panik. Oh, nimm. Ich hab noch nicht mal gesehen, dass mich irgendeiner mit Kot bewerfen will. Ja. Da unten ist ein Fluss. Kann ich da meine Flaschen auffüllen? Ja. Kannst du's versuchen. Wie macht man das? Das weiß ich nicht. Hab ich noch nicht gemacht. Du machst, glaub ich, links oder rechts klick drauf. Auf die Flasche oder auf das Wasser? Flasche, glaub ich. Da ist ein Boot. Oh. Okay. Ich hab ein Hoodie gefunden. Ja, alle drei. Ich trage auch gerade einen. Der hält mega. Der hält richtig warm. Ja, aber sieht's voll hässlich aus. Ja, warum sind die denn alle voll? Die waren vorhin alle noch leer. Oh, da steht Pixel Games dort. Was? Okay. Soll ich das Boot mitnehmen? Kannst du das fahren? Ja, nütz. Kann ich schwimmen? Ja. Wie, du kannst das Boot fahren? Ich probier's. Das ist eine blaue Fahne? Oder gehört das jemand anderem? Das weiß ich nicht. Huch, jetzt bin ich unterm Boot. Ich hoffe, ich beklau hier niemanden. Ich komm da gar nicht ans Boot ran. Warum nicht? Ich komm da nicht rauf. Das ist nicht doof, denn? Ja, ja, ich geh zurück zur Straße. Ich schwimm erst mal. Hier sind Fische. Wohl. Kann man die nicht fangen? Wäre voll die perfekte Nahrung, oder? Ja. Naja, ich mein... Grünleuchtende Fische schmecken immer am besten. Wieso? Die waren ja nicht radioaktiv. Ich war ja auch im Wasser. Das ist alles gut. Wieso habe ich dann immer noch Durst? Warum hat er denn so einen Durst? Weil eine Dose nicht satt macht. Der Item Canopy refilled hier? Was? Das steht doch voll. Ich verstehe das nicht. Also ich habe hier Flaschen und da steht... Refill... Achso. Ich muss nochmal zum Wasser. Ich muss es nochmal probieren. Ich gehe mal zur Tankstelle, die ein bisschen weiter außerhalb ist. Bist du denn da? Wenn ich die... Also warte mal. Da steht nur, wenn ich dann raufklicke, Konsum... Und dann? Naja, dann musst du... Dann trinkst du es. Ach ja, warte mal. Ist gefüllt? Na dann. Ist befüllt? Ja klar. Bei der Tankstelle läuft man ja so ein ganz dicker rum. Ich fülle die Flaschen gerade alle mal. Das klingt so, als wenn er urinieren müsste. So, ich glaube, das langt. So, ab die Post hoch da, Kollege. Spring hoch da... Spring da jetzt hoch, du alter Sack. So. Wieder zur Straße. Aber ist ja eigentlich ganz schön ruhig. Bis auf... Ach, schade. Das war ja vorhin echt war das... Die Erfahrung, die ich gemacht habe, war... Hm. Also ich bin satt. Ich bin nicht mehr durstig. Ich bin im Moment zufrieden. Das ist schön. Ja. Und ich möchte euch jetzt finden. Ich mag das nicht. Und ich habe einen Hodi für dich gefunden. Ja, mag ich das. Ja, für dich oder für Tai? Du hast ja gesagt, du hast einen. Ja, was für eine Farbe? Grün. Okay, jetzt nehme ich auf den roten. Ich will den roten. Was hast du denn gerade für einen an? Ich habe einen... Zeige ich dir gleich. Auch einen grünen mit Pixel drauf. Brauche ich neue Schuhe? Woran sehe ich denn, ob ich neue Schuhe brauche? Das brauche ich nicht. Das ist einfach nur modisch. Scheiße auf die Mode, ey. Ich will einfach nur Fressen finden. Ich habe Hungerchen. Na, habe ich nicht, aber... Es geht ums Prinzip. Was liegt denn da... Oh, da ist noch ein Gewehr. Ja. Ich laufe mal nach Sultan, ne? Da gibt es einfach mal. So, aber ich werde jetzt versuchen, auf dem besten möglichsten Weg zu euch zu kommen. Mhm. Ich werde jetzt nicht groß suchen, weil ich mag es nicht so gern, hier alleine rumzublatschen. Ich habe Zündkerzen gefunden. Sehr schön. Brauchen wir noch? Ja, wir brauchen noch alles. Ich laufe nach Sultan, ne? So, da ist ein Ortsschild. Was ich da mache? Ich muss mich gar nicht denken. Looten? Suchen? Nein, ich dachte, der macht Party. Och Mann. Ja. Da hinten ist ein Zombie am Wegesrand, glaube ich. Welcome to Pinecrest. Oh Gott sei Dank. Das ist gut. Da sind Zombies mitten auf der Straße. Was mache ich denn da? Einfach dran vorbei laufen. Sagen ihr, ihr seid scheiße und lauf. Mhm. Hors-Shoe-Pack kann ich craften. Mhm. Wir können Klang createn. Das können wir. Das sollten wir mal tun. Ich glaube, wir nennen uns die Kackaffen, oder? Jetzt sind wir kleine Kackäffchen. Oh Saki, kannst du nicht einmal lachen, du kleine Seele. Oh mein Gott. Ach nö. Was denn? Das mag ich so annommen. Die lässt, die nimmt jeden Scheiß an. Also die ist so. Was denn? Das ist nö. Da war ein Zombie. Der hat mich angeguckt. Wo gehe ich denn hin? Ich bin jetzt in Pinecrest. Ja, wo bist denn siehst du Geschäfte? Hier ist erstmal ein rotes Haus. Warte, ich glaube, ich weiß, ich sehe das rote Haus auch. Warte mal, hörst du das? Ich habe so ein Dit-dit gehört. Ja, das bin ich. Nom, nom! 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 Oh Baby. Bist du ein Kerl? Ja. Oh. Okay. Ich will kein Kerl sein. Ja. Ich will aber kein Danke, aber ich will kein Kerl sein. Zu spät. Zieh's an. Ich wusste das doch nicht. Das ist doch nicht schlimm. Oh, jetzt bin ich traurig. Wo ist das Shirt? Ach, da. Bei dir drin. Zieh's an und schmeiß dein Shirt da weg. Und ich habe eine Mütze für dich gefunden. Ich sehe voll geil aus jetzt, ne? Oh, was ist das? Gepini, ja man! Timmel! Timmel, das habe ich schon lange nicht. Hä? Wieso kann ich den nicht aufsetzen? Du musst deine alte Mütze erst abkleben. Äh, der hat ja eine Glatze. Kriege ich ja die Kimme. Achso. Guck mal, so ähnlich wie deine. Naja, nicht so. Deine ist schöner. Du hast ja nicht mal Titten als Frau. Hast du eine Glatze? Bitte. Nein. Ich habe einen Cowboyhut. Ne, du hast ja mal die Männerfrisur, also bist du auch ein Mann. Du hast auch Männerhände. Du hast einen Dutt! Bitch, ey. Du auch. Du siehst aus wie, wie, wie heißt die denn? Ähm. Was? Bitteschön. Komm, wir gehen mal ins Haus. Warte. Ich brauche noch Essensvorrat. Warte, ich habe, du wolltest noch was zu trinken, oder? Ne, brauche ich im Moment nicht. Okay. In dem Haus war mir schon, da dürfte nichts mehr drin sein. Na, es kommt aber meistens immer wieder mal. Ja, aber es dauert ein paar Minutchen. Ähm, wir verbringen jetzt keine Ahnung wie lange schon miteinander. Ich habe Drivebelt. Sehr schön. Ich muss mal eben zum Auto teil. Warte, ich komme. Bleib, warte. Bleib, warte. Bleib, warte. Komm, mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Kannst du mal Sitz? So, ab die Puschi. Warte, warte, ich mache es jetzt. Warte, warte. Hier. Oh nein. Nein, warte. Geht denn das jetzt weg? Saka, wie mache ich die Taschenappe weg? Achso. Dann machst du das doch hier. Hey, wie machst du das? Komma. Kannst du das, das ist wild? Achso. Genau, jetzt ist es Komma. Genau. Oh, guck mal. Lalalala, lalalala, lalalala. Dreh dich mal hin und her. Hurra, 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 hurra. Kann man auch robben? Nein. Oh, schade. Dann komm. Du kannst du ja immer, wenn du das Wandrad reindrückst, kannst du es schleichen. Sind die jetzt zum Bass? Ja. Ja, immer doch. Was ist denn da ein Leichhaus? Da ist ein Skeletos. Ja, die sind hier öfter. Wenn du rennst, sieht das viel schneller aus. Ich bin auch schneller. Nein. Dann wollen wir den Leichhaus. Aber das sieht ja viel schneller aus. So ist der Sucker. Ich bin jetzt so da, wo ich... Ist da was? Ja. Sag das doch gleich mal, du Kacka. Kacka. Das sind sogar mehrere. Und so ist noch immer drauf, ne? Was machen wir? So ist noch immer drauf. Die bringt immer die Kollegen. Es ist das Auto. Ja, genau. Hallo, Auto. Warte, du musst ein Stück weiter weg. Ey, hier liegt eine Leiche. Ich weiß nicht. Kannst du ausrufen? Äh, total nett. Hier liegt ein Drivebelt und ein S-Bassbar. Hier ist eine Batterie drin, du Kacka. Wirklich? Ja. Enter Vehicle? Ich bin einfach nur ein Leiche, ne? Ja, komm zurück. Wir brauchen jetzt noch Reifen. Ja, doch, wir können damit erstmal fahren. Achso, Teil, steck ein. Ich will aber nicht fahren. Ich kann da nicht fahren. Ich auch nicht, ich kann auch nicht fahren. Wie komme ich denn da rein? Ich komme zu euch. Mit F. Ich komme zu euch. Mit F? Ja, komm, na, ins Auto und dann drück F. Okay, jetzt bist du auf dem Fahrersitz. Aber fahre nicht. Ich will aber nicht fahren. Ich will da rüber. Ich komme in den Minuten. Ihr könnt in der Zeit noch ein bisschen looten. Kann ich, kann ich vielleicht... Hier. Kann ich nicht hinten. Da kommt was. Nimm, steig ein. Ja. Ich sitze hinten drin. Oh, da ist einer von vorne. Ach, nee, das bist du. Ach, da hinten ist einer. Nee, nochmal. Ja. Wenn jetzt... Ihr könnt ja auch... Oh mein Gott, bin ich im Auto sicher? Ich hoffe es. Kannst du auch Schaden da drin kriegen. Er kommt. Ich lenke ihn ab. Ich lenke ihn ab. Und drück mich während der Fahrt öffnen. Er kommt zu mir. Ja, und zu dir. Ich renne. Oh, oh. Hat er mich nicht gesehen, das Basti? Nee, er hat mich gesehen. Komm zurück. Habe ich nicht noch... Habe ich nicht noch Waffenpatronen? Er kommt. Kann ich ihn mit einem Messer attackieren? Ja. Er ist tot. Habe ich ihn getroffen? Nee, ich habe direkt ihn angeschossen. Ach, du hast... Achso. Ja. Der hat zunächst dabei, der hässliche. Da ist noch einer. Munition ist recht selten, ne? Ich habe noch einen Millimeter. Oh! Was ist das denn? Die Muni ist alle, die Muni ist alle. Ich habe gar keine Muni mehr. Dann lockst du übrigens andere noch an. Ja, dann hör doch auf zu schießen, Mann. Er kann ja nicht mehr schießen. Also erstens, ich habe gesagt, Munition ist selten. Ja, Sucker! Wir haben uns nur ausprobiert. Scheiße, habe ich mich erschrocken, ey. Der rennt da. Können wir nicht beide attackieren mit Fäusten und Messer? Wir sind doch zu zweit. Ich habe kein Messer. Ja, dann nimm doch deine Fäuste, dann... Aber er geht weg. Er geht weg. Wenn du die Waffe und er drückt T, dann machst du einen Nahkampfangriff mit der Waffe. Er ist weg. Ach, da bist du. Ah, okay. Was? T? So. Ich wollte erst aufs Dach klettern, aber die Leitern hier sind kaputt. Das bringt auch nichts, wenn ihr die übrigens nur anschießt. Entweder er schießt sie oder ihr lasst es bleiben. Was hat er denn mit? Der hat gar nichts mit. Doch, der hat Essen mit. Da ist aber nichts mehr drin. Habe ich genommen. Ach man. Willst du? Ja. Warte. Hinter dir, hinter dir! Lauf! Lauf! Waaaah! Waaaah! Der wird der westlichen T-Shirt, ey! Lass den mal töten. Ja, wie denn? Komm, wir gehen hin und drücken T und hauen ihm ins. Die Fresse! Ja. Wo ist die Sau? Bei mir. Ja, ich komm. Der rennt vor dir weg. Der hat Angst. Au! Bata! Kann ich dich treffen? Ich hoffe nicht. Ja, ich bin fast tot! Entschuldigung. 12 Prozent! 12 Prozent! Oh mein Gott! Oh, 26 Prozent! Wie kann ich mich denn jetzt heilen? Äh, hast du da einen Blutstropfen? Ja. Ich hab einen. Teil. Blutest du? Hast du oben? Ja, ich blute. Dann solltest du eine Bandage sehen. Ich hab eine. Hier. Benutz die. Auf dem Boden. Ich muss mich ins Auto setzen. Ich hab so wenig in der Gnade genommen. Ich hab's genommen, aber ich hab immer noch 22... Ah ja, nee, steig jetzt. So, ich setz mich mal nach hinten rein und guck, ob dann Zombies kommen oder so, ne? Ja. Und dann schreie ich einfach. Ja, wollte ich nicht einfach nur ein bisschen looten. Ey, wie denn? Er ist mir ein bisschen die Energie regenerieren, sonst sind wir sofort tot. Da finden wir uns wieder nicht. Bei mir bleibt's auch 24 stehen. 25. Ja, ich hab jetzt 16. Oh mein Gott, ey. So vieler Schamhaus. Aber wir haben ihn tot gemacht und er hat denn eine Dose zu essen. Ja, da vorne liegt auch noch einer. Wo? Willst du holen? Direkt vorm Auto. Ich hol. Ich bin gleich da, ne? Ja, ja. Ja, mir geht's gut. Wir haben ihn umgebracht. Finde ich toll. Wir haben viele umgebracht. Zwei Leute? Ne, drei. Ja, aber das war mein erster. Das ist schon okay. Guckst du mir an, wenn ich, äh, ja, später mal, wenn ich Wolfs- äh, Wolfszeiten überfahre. Ja, das will ich sehen. Ich hatte das einmal irgendwie mitgekriegt, als wir ihr wie die besenkten Säue losgepast seid mit dem Auto. Das hab ich noch so halbwegs mitgekriegt. Und ihr seid wie die Bekloppten. Wie, wie die Irren. Und habt die enorm am Schreien. Hey, hey, hey. Los, Hacker, fahr da rüber. Und ich schieße. Und ich denk, was? Also so schlimm war das auch nicht. Ich geh mal hier die Leiter hoch. Hallo. Wo? Hallo. Wo? Hallo. Hacker, komm, ich küsse dich. Oh, komm her. Ey. Ich hab jetzt mit nem Leuchstäbchen hingeworfen. Guck mich mal an, ich will dich mal angucken. Bleib stehen. Oh Gott. Kannst du mich nicht küssen? Einmal ablecken, bitte. Ich will auch einmal nach oben. Ach nee, ich will da nochmal rein. Das ist nix. Ich hab aber vorhin ne Wasserflasche in dem anderen Ding gefunden. Kannst du kurz weggehen? Ja, der hier zu nah ist. Hier ist noch ne Flasche. Und, bist du froh, dass du die Maske da hast? Ja, natürlich. Ich will die auch haben. Hab ich gut gemacht, ne? Mhm. Nimm dir das mal für Tai ab. Ich möchte mal dein wunderschönes Nicht-Gesicht sehen. Und ich schmeiß jetzt vor die Beine ein Leuchstäbchen. Ach, mach die Scheiße doch nicht hier hin. Mein Laptop schafft das nicht. Warum machst du das? Was cool ist. Oh, es ruckelt. Oh mein Gott. Ja, ich steig hinten ein. Nicht losfahren. Warte auf mich. Ja, der rollt. So seid ihr alle drin? Ja. Party! Wir haben nix zum Schießen. Wo fahren wir überhaupt hin? Ja, ich würde sagen nach Syltern. Und da gibt's was? Ähm, Ralfen vielleicht. Okay, dann sag ich mal, ähm, ich lass mich gochieren von Saka und Nom und bin froh, dass ich sie gefunden hab. Und ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ähm, ja, meine erste Trophäe liegt da hinten noch. Kannst du mal schneller fahren? Ja, und dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge von... Mit Created! Hahaha! Tschüss! Das laufen wir, glaub ich, schneller. Hahaha!